Hallo Leute, willkommen zum 51. Part von Let's Play The Dead of the Sacred Leon, auf den Masterclass, bla bla bla. Wir waren hier stehen geblieben, in diesem komischen, äh, Lied-Teil, sag ich mal so. Irgendwie, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Muss ich den hier mit dem Feuer abschießen oder was? Nein, muss ich nicht. Was muss ich machen, Leute? Was muss ich machen? Alter Warte mal, erstmal gucke ich hier Ich bin da Was mache ich hier noch? Ernsthaft, was mache ich hier noch? Muss ich hier noch sein? Ne, ich glaube nicht Ich gehe mal raus hier Scheiß Stein, ey Nimmt der mich von hinten So What the fuck Ich mache hier mal Sag ich mal Hier wieder den Speicherpunkt Ich habe keinen Bock, wenn ich hier auf einmal Richtig bin und dann rausgehe Weiße, weiße Dann bin ich Habe ich Arschkarte gezogen Oh, kaputt Oh, schwarz Ey, ey Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß Wow, 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 wow Der Lübelelem Obwohl, ich brauche die gar nicht einsammeln Ich habe es mal trotzdem gemacht Der Lübelelem hat überhaupt Hat überhaupt nichts gebracht Ich gehe trotzdem mal hier hin Ich brauche Energy, Mann Energy Energy Wisst ihr, was Energy ist? Ja, das ist Energy Nein So Ich glaube, jetzt Kann ich da oben hin Und ich kann Oh, verdammt Oh, verdammt Habe ich eigentlich schon den Master-Schlüssel? Jo, den habe ich schon Okay Das ist gut Hier war ich doch schon, oder? Jo Hier war ich schon Ich komme voll durcheinander Wow Wow Ach, hier geht es Okay Okay Komisch Scheiß Scheiß Dreckste Ding Ey, what the fuck Oh Das war knapp Stirbäh Du legst mich auf Was ist das? Oh Alter Fick mich nicht auf Ja, wow Hat es auch voll gebracht Alter Ist da irgendwas? Jo Eine kleine Truhe Was habe ich davon? Nix Mann Boah Das ist aber Scheiß Beschissene Tempel Ey Noch schlimmer Als der Wassertempel Ey Hätte ich niemals gedacht So Was ist hier? What the fuck? Hö Alter Da Was ist da? Wie komme ich da hin? Oh Fick mich nie auf Was ist? Warte mal Das muss ich mir überlegen Wie komme ich da unten in? Einfach runterspringen Ne Nein Nein Das wird Hart Was ist da unten in der Verteidigung? Was ist da unten in der Verteidigung? Und hier ist irgendwas... Ist das gut? Und irgendwie hat sich da was geöffnet. Äh, ist irgendwas runtergefallen. Aber wie komm ich da hin? Als kleiner Link? Nee, ich glaub nicht. Oder? Hä? Ich hab jetzt Schiss, dass ich das nochmal machen muss, wenn ich da jetzt als kleiner Link hingehe. What? Oh. Aber wenn ich als kleiner Link da hingehe, dann... Ich glaub, das geht mir nicht. Oder? Ich glaub, das geht nicht. Äh, wie komm ich da hin? Was für eine schwere Geburt, ey. Ach, wisst ihr was? Ich riskiere es einfach, ey. Blut of Light. Oh, ich hoffe... Ich hoffe, der ist da. Verdammt, jetzt hab ich nicht meinen Rückwärts-Trick gemacht. Naja, egal. Verdammt, egal. Ich weiß nicht mal, wie das liegt. Das geht nicht mal, wie das ist. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Oh, bitte lass die Truhe da sein, bitte. Ja, genau, kikili kik, what the fuck. Mit dem kleinen Mini-Schwert. Ist der it? Oh, bitte lass die Kiste da sein, ich bitte dich. Bitte! Wo ist sie? Achso, ja stimmt, die wurde ja entführt. Bitte lass die Kiste sein, bitte, 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 bitte. Ja! Wow! Boom Baby Small Key So Ich frag mich jetzt Wunder mit Musst du als großer Linkin? Oder? Muss ich? Muss ich? Ja Ich denke schon Oder? Ne, 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 ne Ich guck erstmal Nachher muss ich doch als kleiner Linkin Dann hab ich Aschgat gezogen Also ich glaub das ist der härteste Tempel bis jetzt Ich weiß nicht wie der Schattentempel wird Ich hoffe der geht leicht Ich hab echt keinen Bock auf Schatten Und Gestalten und sowas Und muss ich da hin als Ja, da muss ich als großer Linkin Komm schon, noch drei Minuten Jetzt mach ich aber meinen Request Trick Zack Und Zieh raus die Klinge Zack Guck Wenn du deine Klinge ich hoffe ich komme jetzt weiter äh scheiße aber dann gibt es d dann auch dann Oh, schon, ich will endlich weiterkommen. Wuhu! Komm ich da hoch? Irgendwie? Muss ich klettern. Wuhuuu! Wut der f***? Fett mich doch fett, ey. Komm schon, jetzt aber. Ähm, bin ich ja richtig? Nö. Verdammt. Mach mal raus, ja. Wow, 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 wow. Kein Stress, ja. Hier muss ich hin. Ah ja. Yeah. Und was verbirgt sich hier hinter? Der Tod. Oh ne, ich hör schon so'n Schleimding. Und ganz viele Fleermäuse, die mich anscheinend töten wollen. Und Leute, wir sehen uns hier wieder, weil mein Wecker klingelt. Bis dann. So, if we can, I'll join. ения, definitiv. 五, ja.